ein herzliches willkommen zurück zu einer folge bussimulator next stop bussimulator 21 next stop denn ich bin das eigentlich wollte ich euch heute ja das neue dlc tram vorführen allerdings fehlt mir doch das geld dafür also hier im spiel das geld dafür ich brauche zwei millionen euro um mir eine tram leisten zu können das geld haben wir leider noch nicht deshalb müssen wir uns das geld leider noch verdienen endlich haben wir auch eine bus anbinden so was müssen so wir fahren hier gerade mal gelenkbus sehe ich gerade fahre ich auch das erste mal mit so So, äh, Moment mal, Moment mal, äh, Moment mal, so meine, verbessere die Stufe des Stadtteils, ähm, sind sie irgendwie mal, äh, äh, Route 5, das, welche Route ist das denn nochmal wieder? Genau, dann verlassen wir diesen Bus hier, so, weil wir müssen ja unser, unsere Mission hier zu Ende machen. Irgendwas stimmt doch hier vorne und hinten nicht. Jetzt picke ich gar nicht mehr durch. Nein. Ah, Route 5. So, jetzt mal. Ja, gute Nachfrage. Äh, ja. Oakwood Highlander Park, Route 4, das brauchen wir. Auf, kommst mit, oder führst du selbst. Ah, toll, danke. Okay. So, warte mal, ihn wir jetzt recht finden. So. Bin ich denn jetzt hier? Nein. Meine Eltern, lass mich nicht, weil sie immer mit Pickschen mitkoppeln. Ach, das war's. Scheiße, Mann. Ganz ruhig. Und klar. Mache Juniors. Da im Jörg. West Oakwood High Street, haben wir jetzt. Irgendwie bin ich total. Ich bin konfus gerade. Ich weiß gerade nicht was abgeht. Ich habe die Fahrgarten in meiner anderen Hose vergessen. Ich habe meine Fahrgarten in meiner anderen Hose vergessen. Ich habe die Fahrgarten in meiner anderen Hose vergessen. Ich hoffe, dass wir jetzt die richtige Linie bedienen. Ja, zu spät. Seitensiviert. West Oakwood High Street Lass die Hyde, Lincoln Street. Das ist doch schon mal sehr gut, dann bauen wir die mal aus. So, er möchte eine Kinder, Scheiße, drück Kinderschufa-Karte, einfache Karte, drei Stück, 1, 2, 3, 4, 60 Euro, unsere Karte schläft immer auf meinem Schoß, während ich Hausaufgaben Ja. So. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Ich blick grad nicht mehr durch hier heilander park transit terminal d und e bg a plus h so da müssen wir irgendwie zwei ruten verbinde zwei ruten mit transit terminal ok das heißt neue route erstellen so die müssen wir irgendwie okay das war welche löschen wie ging das noch mal durch wie kann man die noch mal löschen wie ging das noch mal entfernen ich kann aber ich habe nicht aufnehmen die könnte dann noch welche aufnehmen ich könnte dann noch welche aufnehmen hier 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 Die könnt ihr dann noch Bücher aufnehmen, oder? So, dann die Terminal. So, Büte 5, könnt ihr da auch noch welche aufnehmen, äh, Clinton Avenue, Lincoln Street, Limits. Ja, das haben wir. Ja, sehr, sehr schön. Dann haben wir das. Dann besser die Stufe der Stadtteils Westbrook auf 2. Äh, besser die Stufe. Jetzt noch mal auf Level 1. Äh. Okay. Wie ging das? Wie kann man das machen? Und die Listen sind wirklich gut erstell. Wir fahren jetzt auf jeden Fall Route 5. Und zwar mit dem Mercedes. Äh. 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 Okay. Dann machen wir was anders. Dann machen wir was anders. Moment mal. Dann machen wir was anders. Was? Mal trotz eine Route 5. Jetzt fahren. Dann versuchen wir es mit dem. noch durch, ey. Wie kann man denn hier die Bedingungen ändern? Mein Fahrzeug gebrenzt. Achso. Alle. Einstelle nicht vorschreiben. So. Dann gehen wir wieder auf Route. Gehen auf Route 5. Jetzt fahren. Im Fahrzeug auf deiner Seite. Ja. Mach das halt so. Ok. Least to hide. Florida Avenue. So. Wie gesagt, das mit der Tram hätte ich euch gerne gezeigt. Aber wie gesagt, ich habe leider das Geld hier im Spiel noch nicht. Das ist das Problem. Die alte Stelle kann ausgebaut werden. Das machen wir. So. So. Sind alle eingestiegen anscheinend. Sind alle eingestiegen. Ich kapiere da nicht. Da war doch keiner mehr. So. 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 Ja du blöd man ey. Highlander Park Church. So. 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 Er möchte eine normale Fahrkarte. Er möchte eine normale Fahrkarte. Einfache Fahrkarte. 2,80 Euro. So. So. Möchte hier noch jemand einsteigen. Ne. Siehe nicht so aus. Wie vielleicht noch. Einmal in der Woche guck ich mittelwischen. Gut, jetzt möchte keiner mehr einsteigen. Ihr habt es selber gesehen. diesmal hat das gerafft, dass da keiner mehr einsteigen wollte auch die können wir ausbauen, sehr schön ja, ah, Zahltag, sehr schön, das gibt Kohle, ist gut für das Vorhaben-Tram so, ich möchte, ach, eine normale Fahrkarte, einfache Fahrt, 3 Stück, 2,40 Euro so, Seniorenticket, Tageskarte, einmal, 4,60 Euro Kinder-Schulfahrkarte, Wochenkarte, einmal, 1 Euro, bitteschön so, das war's, ich bin zu ja, da fahren wir jetzt hin, das ist der Neue das haben wir ja gerade, äh, verbunden im Flughafen praktisch, oder in den Terminal ich weiß nicht, ob das Flughafen ist, auf jeden Fall ist es ein Terminal da sollten wir ja zwei Routen mit verbinden, das haben wir ja erledigt ja, steig aus ja, tschüss Glück gehabt, ist normalerweise keine alte Stelle hier so, Lumi ab ups, 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 zurück, zurück, scheiße ist hier der Hof, das habe ich jetzt nicht gewusst das habe ich jetzt nicht gewusst, da fahren wir da hoch, ok transit terminal, endstation, bitte alle aussteigen so, äh, ich habe noch eine Frage wie genau kann ich die, äh, das hier auf 2 machen was muss ich dafür erreichen weil ich muss den Highlander Park und den West Oak Road den, äh, den, äh, den, äh, den, äh, den, äh, ganz ruhig West Oak Road auf Level 2 setzen da möchte ich gerne wissen, wie das funktioniert äh, ob ich dafür irgendwas Besonderes erreichen muss, oder nicht könnt ihr mir das irgendwie sagen, weil ich weiß es leider nicht ähm, würde sagen, wir fahren noch eine kleine Runde ich glaube, wir machen das hier erstmal ja, wir machen das hier erstmal heute ist mal Schluss, würde ich sagen ähm steigen hier erstmal aus und, äh, ich würde sagen ihr seht mich dann in einem der nächsten Videos wieder ähm, wenn ihr wisst, wie ich die, äh, Stadtteile auch ausbaue beziehungsweise auf Level 2 bring, sagt mir gerne Bescheid ich wäre euch sehr verbunden, weil ich weiß es leider gerade nicht wenn ich dafür irgendwas Besonderes erreichen muss, ähm, sagt mir gerne Bescheid schreibt es in die Kommentare das war eine weitere Folge Bus Simulator 21 Next Doctor Damage spielt das, ähm, das DLC ist verfügbar, ähm, ich kann es mir leider nur noch nicht leisten aufgrund mangelnden Geldes hier im Spiel das kostet 2 Millionen Euro oder 1, noch was, ähm, das habe ich leider noch nicht, ähm, ich kann es euch gerne beweisen ähm, ihr seht 257.000 habe ich gerade mal da fehlt mir noch ein bisschen was ähm, wenn euch diese Folge gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da, wenn nicht macht ihr immer gar nichts euer, der Ding spielt das bis zum nächsten Mal habt eine schöne Woche habt einen schönen Abend passt auf euch auf ciao servus und tschüss bis zum nächsten Mal